Pringles oder Pombeer-Chips? Pombeer-Legende. Pombeer. Schreib es in die Kommentare. 35% nur? Schade. Nike oder Puma? Nike. Nike ist meine Lieblingsmarke. Yo, sehr, sehr viele. Heirate deine Mutter oder heirate die zweite Person, wenn die zweite Person wieder erscheint. Das untere natürlich, ja. 99%. Oh Mann. Nie wieder Pizza, würde ich sagen. Falls Nudeln dazu zählen zu Pasta. Oh Mann, Milka, weil dazu zählen die Milka-Kekse. 78%. Ganz klar BMW. BMW, Freunde, was meint ihr? Capri-Sonne. Cola viel ungesünder, viel, viel ungesünder. Aber natürlich ist beides jetzt nicht das Gesündeste. Pizza oder Wassermelone. 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 Hm.